Und ihr habt vielleicht die Sirenen schon im Hintergrund gehört, machen wir schnell weiter, hüpfen wir von Faenza ein bisschen weiter nach Maranello, denn auch da gab es ein paar News die letzten Tage, dass es letztes Jahr ganz gut angefangen hat mit einem Auftakt Sieg und Siegen und Titelchancen und dann ganz schnell den Bach runtergegangen ist, wissen wir. Dieses Jahr ging es noch nicht mal gut los, keine Siege bislang und sehr, sehr viel Down und wenig Ups bei der ganzen Sache. Hin und wieder kommt aber mal so ein Wochenende, wo die Diva, nicht nur der Mercedes, das ist das eine, sondern auch der Ferrari, so ein bisschen als Glücksspiel, Wundertüte SF23, dann plötzlich mal wieder ganz gut ist und auf dem Podium rausschaut und tja, neuer Teamchef ist mit am Start, hat natürlich auch viel zu tun. Charles Leclerc hat ihn jetzt in unserer News hier bei uns auf unserer Webseite in Schutz genommen und gesagt, gebt ihm Zeit, das braucht alles ein bisschen, habt Geduld mit ihm. Wir kennen dann aber jetzt auch die Tifosi und vor allen Dingen die Presse in Italien. Was glaubst du, wie viel Zeit bekommt er? Ich hoffe für ihn, dass er mehr Zeit bekommt, weil es würde Ferrari einfach wirklich gut tun, da mal ein bisschen Ruhe und Konstanz reinzubringen. Was glaube ich, also Charles Leclerc ist höchstwahrscheinlich ein starker Fürsprecher für Frédéric Vasseur, einfach weil sie sich schon aus Sauberzeiten kennen und die beiden scheinen sich offen gut zu verstehen, sind beide auf einer Wellenlänge und ich gebe Zweifel davon aus, dass Ferrari wahnsinnig gern Charles Leclerc behalten würde. Und wenn man dann so einen guten Teamchef für ihn mit im Team dabei behält, ist das sicher ein ganz gutes Pro-Argument, den Vertrag nochmal zu verlängern. Unabhängig davon ist es jetzt nicht so, dass Frédéric Vasseur komplett untätig war, muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Es gab hinter den Kulissen oder mehr oder weniger hinter den Kulissen ein paar Umstrukturierungen. Laurent Mackies wird zu Alfa Tauri gehen. David Sanchez, vorher Chefingenieur des reifenfressenden Rennen Ferrari. Ferrari wird zu McLaren wechseln. Was mich vor allem nicht beeindruckt hat, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass diese ganzen Wechsel, Laurent Mackies in Abstrichen, und auch dass Ferrari da in Kanada, nee Spanien war es, Entschuldigung, mit dem komplett neuen Fahrzeugkonzept ankam, dass das alles sehr unter dem Radar lief. Da hat man für Ferrari untypisch nicht viel von mitbekommen. Und ich glaube schon, dass das auch zum Teil auf die Kappe von Frédéric Vasseur geht. Wenn ich böse bin, sage ich auch, auf der Strecke hat man nicht viel davon mitbekommen, zumindest in Spanien. Ja, in Spanien war Katastrophe, das stimmt, ja. Nein, aber das ist tatsächlich was Gutes in Maranello in Italien, wenn da mal nicht alles rauskommt. Auch wenn es vorher dann die Diskussion gab, wann kommt da ein Update. Aber dieses Jahr konnte er da noch nicht Einfluss drauf nehmen. Die neuen Techniker mussten auch erstmal alle reinkommen. Alles, was dieses Jahr passiert ist, letztes Jahr noch von Binotto eingeleitet worden. Das heißt, daran hat er keinen Einfluss darauf. Aber nächstes Jahr muss es dann deutlich besser werden. Ja, und vor allem, er hat auch am Anfang von diesem Jahr, als er bei Nomad gesagt, er möchte sich das alles erstmal angucken und mal so einen kleinen Check-up machen, die ganze Sache analysieren. Von daher, ich denke schon, dass das ein guter Ansatz ist. Wenn wir jetzt aufs nächste Jahr kommen, ist ein Vorteil, dass die Erwartungen geringer sind. Weil Ferrari kam aus der ersten Saison nach der Regelrevolution, kam mit dem Super, teilweise mit dem besten Auto oder zum Großteil der Saison mit dem besten Auto raus. Und dementsprechend sind die Erwartungen für diese Saison natürlich schon hoch gewesen. Dass man versucht, als Team da Red Bull anzugreifen und vielleicht mischt Mercedes auch wieder mit. Das ist alles nicht passiert. Ferrari hat einen weiteren Rückschritt gemacht. Und wenn man jetzt zynisch ist, könnte man sagen, viel schlechter kann es eigentlich nicht werden. Ja, weil Ferrari hat diese ganzen Ressourcen in der Theorie. Sie müssen halt jetzt nur, man bekommt halt auch von den neuen Einstellungen, die Fred Wasseur vornimmt, bekommt man halt eigentlich nicht viel mit, gerade auf technischer Seite. Und die müssen halt schauen, dass sie jetzt dieses Jahr im Winter den Ferrari so hinbekommen, dass er auch im Rennen und nicht nur im Qualifying gut performen kann. Also schlimmer kann es schon werden, ich sage 2020. Ja. Aber wenn ich jetzt böse bin, würde ich entgegenhalten, ja, die Erwartungen sind vielleicht niedriger, aber im Maranello sind sie an sich eigentlich immer hoch. Das ist das Leid des Ferrari, das muss man leider so sagen. Deswegen wird das nicht funktionieren. In der Hinsicht werden sie immer hart sagen, ihr müsst gewinnen, ihr müsst vorne um den Titel mitkämpfen. Deswegen, Fred Wasseur wird sich vor allem an der nächsten Saison messen lassen müssen. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach so. Das war ein Ausschnitt aus einem unserer längeren Talk-Videos, wo wir mehrere spannenden Themen aus der Welt der Formel 1 und des Motorsport diskutiert haben. Und ihr könnt noch mehr davon haben, denn die anderen Themen gibt es auf unserem Hauptkanal Motorsport Magazin oder auf unserem MSM Talk-Kanal. Abonniert beide Kanäle, abonniert diesen Clips-Kanal und verpasst nie mehr etwas. Glocke aktivieren und viel Spaß dabei.